Was war denn hier? Ich kann mich hier an irgendwas erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Was war denn hier oben? Oh, okay. Ach genau. Wow. Habe ich gesagt, Synchronsprecher, ne? Das wollte ich heute Abend mal gucken, ob das wirklich so ist. Also wenn ihr es schreiben, dann wird das wohl so sein. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht. Ach. Ich habe das nicht gehört. Ich habe da nicht drauf geachtet. Hä? Oh fuck, ey, wo ist er denn? Oder ist das da unten 18? Ich möchte erstmal noch... Ne. Ich will jetzt gucken, ob das hier 18 ist. 16. 16. Wie komme ich denn in 18? Oder ist das... Ne, oben der ist das nicht. Ich hole mir jetzt erstmal noch ein paar Leben. falls wir welche denn überhaupt kriegen. Oder habe ich das schon mal... Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her. Oder muss man da unten irgendwas kaputt machen? Aha. Ja gut, immerhin haben wir 100 Münzen dazu gekriegt. Ich weiß es doch nicht. Und jetzt gleich kriegen wir endlich mal ein Leben dazu. Endlich. Jetzt war nur eins. Aber immer besser als gar keins. Ne, nicht ausnehmen. Irgendwer macht hier wieder Krach. Of course, why not? Das nehmen wir mit. Wir haben es ja. Wie ich das so gerne immer sage. Haben wir schon. Der war aber eben nicht da. Das Spiel macht, was es will. Oder ich kriege das schon gar nicht mehr mit. Ich weiß es nicht. Der brauche ich jetzt gar nicht anzufangen. Ich muss mir das andere Fluggerät holen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich da den von hinten kaputt machen soll. Ist noch da? Ja. Autos gehen mir auf den Sack. Mir geht so alles ziemlich auf den Sack. Ich muss auch mal wieder auf ein paar Kommentare antworten. Lustig, dass ich das jetzt damit irgendwie in Verbindung gebracht habe. Wieder auf den... Mann! Auf den Sack gehen? Ach, komm, leck mich doch, ey. Ach, komm, leck mich doch mal wieder auf den Sack. Drecks, Huren-Level. Schön die 100 Münzen verballert. Super, lecker, ey. So. Ich will dich jetzt kaputt kriegen. No! Wie soll das denn gehen? Wie, wie, wie? Oh Mann, ey. Ich krieg das nicht in meinen fucking Kopf rein. Ich weiß nicht. Ich sag sehr oft fucking gerade. Aber ich krieg das nicht in meinen verschissenen Kopf rein. Ich hab keinen Bock. Null Bock hier Game Over zu gehen und nochmal alles von neu zu holen. So ein dummer Traktor schon wieder, ne? Könnte ich den Leuten einfach mal schön in den Arsch schieben? Den kompletten... Den kompletten Scheiß-Traktor, ey. Den kompletten Scheiß-Traktor, ey. Den kompletten Scheiß-Traktor, ey. Den kompletten Scheiß-Traktor! Und der technische Er 61- η 20-J ins Leben Cooper. Das war's für heute. Ja! Dankeschön. Dankeschön, ey. Jetzt haben wir wieder 17 Leben. Da weiß ich ja, wo wir uns jetzt immer Sachen holen können. Trotzdem weiß ich aber noch nicht, wo dieser dumme, verschissene Ausgang ist. Wo, eher gesagt, dieses dumme, verschissene Level 18 ist. 15 16 Oder? 17 16 Oh man, ich weiß nicht, wo dieses Dreckslevel ist, ey. Keine Ahnung. Beschäftigte ich später mit. Nee, ich will nicht hier rein. Doch, ich muss da hin. Nee, doch nicht. So, jetzt müssen wir in diesen Fickwald wieder rein. War das hier? Weil irgendwo hier fehlen uns nämlich auch noch ein Rad. Das ist auch schon wieder so ein Level, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hab. Das ist auch schon wieder so ein Level, ich will nicht. Nein, 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 nein. Gut. Bin ich also niemals hier durchgegangen. Auch nicht schlecht. Fede ist jetzt weg. Das war schön getimed. Oh, in die Nase juckt. Was ist da kaputt? Ich schlepp den Mann noch ein bisschen mit rum. Natürlich! Oh, ist das ein arsiges Level. Ey. Boah! Das Spiel bringt mich heute echt zur Weißglut. Natürlich! Jetzt komm ich da nicht dran. Ach komm ey! Fick dich! Mann, jetzt geh kaputt, du kleiner Wunsohn! Ey, ich spüre, du kleiner Wunsohn! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017